Ralf Große, staublose Drachen in Verbindung mit Reisen rund um die Welt. Das ist es, was Ralf eigentlich am meisten fasziniert. Was also macht er plötzlich in einem Buggy? Schuld waren die deutschen Meisterschaften auf Farnö. Sie üben ungeahnte Anziehungskräfte auf Ralf aus. Grund genug für ihn, sich in den Landsegler Majestic von Libre Power Sails zu setzen. Wie bei den großen Seglern auch, die Umlenkrolle mit Stoppfunktion erleichtert das Beiholen des Segels. In diese massive Halterung werden alle Masttypen, egal ob kleines Sturmsegel oder 8 Quadratmeter Gigant eingeführt. Eine weitere Abspannung des Mastes entfällt. Sitzen wie daheim auf dem Sofa. Dieser Sessel wird individuell nach den Maßen des Piloten angefertigt. Strandsegeln weicht aus technischer Sicht nicht sonderlich vom allgemeinen Segeln ab. Um das Segel in den richtigen Anstellwinkel zu bekommen, befindet sich hinter dem Piloten das Großschot. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020